Hallo und willkommen zum heutigen Blastoff mit dem Stefan Klaas, der hier irgendwo... Ich bin schon wieder am klopfen. Hör, weil die jetzt nicht mehr kommt. Hä? Jetzt fahren wir ohne Flachs, die kommt nicht mehr. Die ist doch Orchid, oder? O-R-C-H-I-D. Ja. Da kommt nur noch diese Blue Orchid. Okay. Dann gib doch mal Bosania an. Lois, hab ich gerade... Lois, so. Aufnahme weggeraucht. Äh, ich habe jetzt gerade Doppelklick auf die Blue Orchid gemacht, da ist mir die Aufnahme weggeraucht. Da hat es Minecraft minimiert, warum auch immer. Lois. So komisch. Äh? Äh? Bosania. Kennst du auch noch so, ich höre mal, wer da hämmerzt. Äh? Ja. Ja, auf jeden Fall heißt das Ding Orchid und ist relativ... Äh, ja. Die ist relativ kompliziert. Willkommen dazu. Äh? Äh? Ist relativ kompliziert herzustellen. Äh? 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 Egal. Ja, die ist auf jeden Fall relativ kompliziert herzustellen und ist momentan für uns noch nichts zu erreichen, weil ich brauche auch eh wie viele Diamanten und bla und öh... Ich hab da einen. Ja, einen. Ja, äh, ich bräuchte mal was zu essen langsam. Ja, da äh... Ja, da äh... Hallo, wir haben ein Feld im Keller. Ja, das ist doch nix fertig. Wie? Das ist nix fertig. Na, nehmt ihr halt ein wenig Bohnenmiel. Freilich sind hier Karotten fertig, Alter. Ich bin hier so hardcore hier am ordentlichen Durchsuchten hier schon. Nein, Spaß. Hier ist auch noch Rotten Flash, das kannst du noch reinschmatzen. Das bringt zwei Keulen. Ja, aber dann stink ich aber. Ja, aber nur kurzfristig ist doch egal. Hauptsache für Hunger ist es nicht. Ist doch egal. Total. Unten im Keller. Hast du links, hast du Möhrchen. Links hinten. Hier hast du noch Rotten Flash drin. Hier ist auch noch Rotten Flash. Hier ist es schon sehr komisch. Also daran soll's ja mal nicht liegen. Uh... Und wie fürchte ich von Essen gann? Du darfst halt bloß nicht soviel rumrennen. Das verlierst du wieder ganz schnell Hunger. Ich renne sowieso kaum. Was? Ich renne sowieso kaum. Ich renne sowieso kaum. Wo das ist eine andere 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 andere. Wir haben jetzt schön gemütlich hier... Erst mal schön lauber. aber jetzt unten. So, ich habe mir jetzt gedacht, ich werde jetzt mal Richtung, die Richtung hier weiterlaufen und zwar den Crucible Furnace mal bauen. Und zwar brauche ich den zweimal. Dazu schaue ich mir erstmal. Crucible Furnace Crusher. Crucible Furnace. Okay, Lava Bucket ist kein Thema. Fluid Tank. Da wir jetzt mal herstellen können. Glas, dann viermal Kupfer und viermal Holz. Gut, also brauche ich jetzt quasi achtmal Kupfer. Kupfer haben wir doch unten, oder? Glaube ja. Oder auch nicht. Haben wir keinen Kupfer? Ernsthaft jetzt? Doch, ich habe einen Kupfer im Inventar. Ich brauche acht Kupfer. Ja, dann muss doch ein Beton kommen. Ich dachte, ich bin jetzt im Craften, oder? Nö, 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 nö. Haben wir echt keinen Kupfer da? Ich habe gedacht, ich habe einen. Und das wird nachts. Sehr schnell können wir schlafen gehen, dann können wir Kupfer klopfen gehen. Ja, ich muss weiter noch Pressingots noch haben. Brauche da viel von. Ja, legst du dich ins Bett und guckst ihn in die Kiste. Ach, du verbrauchst, stimmt ja, du verbrauchst ja für diese Pressingots verbrauchst du Kupfer ohne Ende, richtig? Ja. Ja, du Schwein, ich brauche Kupfer. Ich muss mir aber auch Zinn holen. Du brauchst Zink, nicht Zinn. Ja, das ist mir aber jetzt Wumpe. Nein, das ist nicht, das ist Zink. Na ja, go, Bro. Was machen wir? Ähm. Warum, ich brauchst mal wieder einen neuen Hammer. Buss Hammer. So, welche Richtung müssen wir laufen? Jetzt wo der Baum steht. Da habe ich schon fast die Hälfte schon abgefarmt. Geht's mal recht langsam. Wir müssten langsam mal diese komische Dinge abbauen. Diese Rüstung. Diese Rüstung müssen wir langsam mal zusammenkriegen. Weil da kommt nämlich auch noch einiges, also beziehungsweise, das heißt einiges, wir können halt um einiges besser laufen und so. Mhm. Weil da läufst du auch viel schneller, kannst höher springen und so weiter und verbrauchst dafür nicht unbedingt Essen. Na toll. Ja, ich baue mich gerade erst mal an dem Berg hier hoch. Und mache hier schön chillig. Chillig-Millig? Ja, halt mal hier das Ding oben runterholen, das Redstone. Was denkt man das neue Hexit, also dieses neue Hexit Modpack angeguckt? Nein. Ich gucke mir keine neuen Modpacks an, wenn ich laufende Projekte habe. Chris? Hallo? Ah, bist du wieder. Hä? Was denn? Du hast gerade irgendwie nicht reagiert. Lol, okay. Ob du das neue Hexit? Ja, ich habe gerade gesagt, dass ich, äh, was ist hier los, Alter? Dass ich mir keine neuen Modpacks anschaue, wenn ich äh, laufende Projekte habe. Äh, ich habe wahrscheinlich gerade kurze Internet-Connection Probleme, Fehler oder so. Ja. Deswegen bin ich mich auch aus dem Spiel rausgeflogen. Ähm, schon, ne? Ne, halt wie gesagt, ich habe mir eigentlich normalerweise keine neuen Modpacks an, wenn ich laufende Projekte habe. Also das neue Hexit, das ist extrem. Die haben da auf jeden Fall einiges gemacht. Egal, wir sind jetzt hier im Blast auf und hier Hexit. Ja. Blast. Ey, das geht doch noch tiefer hier. Okay. Ich bin gleich auf dem Meteorit, äh, auf dem komischen Berg hier oben, hoffe ich mal. Ähm. So, hier ist auf jeden Fall schon mal Hardened Iron Ore. Hardened? Äh, ist das die richtige oder die andere? Die da ist die richtige. So, weil jetzt können wir nämlich auch die, ähm, die Obsidian Pickaxe nehmen, da man ja jetzt Obsidian ohne Probleme herstellen können, weil Wasser haben wir unendlich und, äh, äh, laber jetzt eigentlich auch. Gibt es eigentlich auch einen Obsidian Hammer? Ist der vielleicht noch besser wie der, wie der Iron Hammer? Klar, du könntest das aus Obsidian Hammer machen. Ja, das sollte man vielleicht mal aus, aus Obsidian machen, vielleicht ist der noch besser. Könnte es, ne, Papierhammer nicht, verdammt. Wolltest du einen Papierhammer machen oder was? Ich wollte damit eigentlich, eigentlich Sachen kaputt machen und nicht streicheln. Ne, ne, ähm, den Kopf aus Obsidian und Rest Papier. Und dann? Ah, ne, dann geht's, ja, ne, hier levelt der Hammer, stimmt. Ja. Ich hab jetzt an die Modifier da jetzt gedacht. Ne, brauchst du nicht. Für die Modifier, dann kriegst du, glaub ich, sechs Modifier, kannst du drauf machen. Ja. So, ich glaub ich hab hier oben alles runter geholt, oder? Oh. Oh. Obsidian Pickaxe hat ein, ein Haste hat's bekommen. Plus, und ein Modifier oben da oben drauf. Oh, yeah. Ich muss mal eine Obsidian Pickaxe für die Heile machen. Die hat es bekommen. Boah. Ja, die, ja, die meint ja jetzt schnell, alter Schwede. Ähm, ich bin im Übrigen hier oben auf dem Berg, ne, falls du mich suchst. Ne, wir haben grad Mitternacht. Was haben wir, Mitternacht? Äh, Mittag, ey. Achso. Ey, guck, ich hab grad ein Emerald aus so einem, aus so einem Meteor rausbekommen. Ein Emerald. Ein Emerald. Mhm. Also, irgendwie ist hier oben aber ein bisschen windig, muss ich sagen. Ja. Weil die Partikel fliegen irgendwie ganz schön weit weg. Also, es ist etwas windig hier oben. Ich will aber überlegen, ob ich das komplette Ding hier abtrage. Und dann? Keine Ahnung. Aber auch in die Rohstoffe, nicht die eins und die anderen. Scheiß. Naja, schon, ich hol ja die Rohstoffe raus. Dann brauchst du den Berg nicht komplett abzubauen. Auch nicht. Was schwarzinnig ist. Ich wüsste ja gar nicht mehr, ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, gibt's denn eigentlich auch unterirdische Ressourcen, oder gibt's die wirklich nur hier oben? Das würde mich mal echt interessieren. Die gibt's nur hier oben. Ob's unterirdisch? Ja, aber für was kannst du dann dieses Mining Factory Ding bauen? Das interessiert mich halt. Es gibt ja sowas wie den Deep Dark. Warum sind wir da noch nicht? Guck dir das Rezept von Deep Dark mal an. Das hört mir doch egal. Da brauchst du nicht nur Korister und da brauchst du noch einen anderen Scheißnöffel. Und das ist... und... Das kannst du, das eine Teil kannst du nur finden. Okay. Hey, du hast ja hier richtig aufgeräumt. Ich mach mal die Löcher zu. Was? Nicht die Löcher zu machen. Das ist Zeitverschwendung. Wir müssen produktiv sein. Ich bin doch produktiv. Ich mach ja wieder schön der Ebene. Wir machen die Löcher zu. Voll produktiv. Schön machen können wir es doch hinterher. Schön mit Garten und Haus und so. Apropos Haus. Wir wollen noch ein Haus bauen. Das müssen wir auf jeden Fall auch noch machen. Ja. Kleines Häuschen. Erst wenn wir die Ressourcen dafür haben. Und die haben wir zur Zeit nicht. Ja, welche Ressourcen? Wir haben doch Baumaterial. Ja, aber... Trotzdem. Wir brauchen die Baumarträgern für andere Sachen. Du denkst schon wieder zu viel weit voraus. Nee. Eigentlich nicht. Eigentlich doch. Man. Diese... Ja, im E wäre cool. Hier musst du wieder Kristalle züchten. Und ich habe noch keinen Zelteskatz oder sowas gefunden. Aber ich... Ich... Ich habe schon was gefunden. Und zwar in... Doch, 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 doch. Boah. Alter, geh mal mit. Wie spät haben wir es? Hm. Nee, das ist mir zu gefährlich. Schau mal da hinten diesen Berg an. Oben auf der Spitze. Okay. So, die sind da. Entweder ist es Diamant oder es ist Zertusquarz. Zertusquarz ist dort. Dort ist Zertusquarz. Was haben wir hier drüben? Oh, da drüben ist auch gar nicht vier Ressourcen drin. Ja, wir müssen unbedingt diese Berge ausholen. Ich glaube auch, dass es sogar effektiver am Anfang ist, diese Berge auszurollen. Ja, aber nicht, wenn du halt bestimmte Sachen suchst. Doch, doch, wahrscheinlich doch. Aber dann findest du sie meistens dann kaum. Wenn man was sucht, dann findet man das meistens nicht. Ja, das ist normal. Das ist immer bei jedem Modpack so. Wie im wahren Leben. Du musst immer irgendwas anderes suchen, damit du das findest, was du eigentlich wirklich suchst. Stimmt. Letztens habe ich mein Schlüssel gesucht. Wo nicht mein Schlüssel? Zimmer auf den Kopf gestellt. Wohnzimmer auf den Kopf gestellt. Küche auf den Kopf gestellt. Hm. Jetzt, vor ein paar Tagen. Ja, naja, jetzt habe ich den Schlüssel wieder gefunden. Genau. Genau vor meiner Tastatur. Wie ich so. Super. Siehste. So. Also, jetzt habe ich schon eine Menge was gefunden. Ja, aber wir müssen zurück. Echt? Ich habe gerade noch Redstone am Start. So. Geronimo. Und mehr was hier? Kohle nehme ich natürlich auch noch mit. Und... Aua. Unten aufgeklatscht. Alter, da sind doch noch mehr Ressourcen drüben in dem Berg. Das sehe ich gerade. Jetzt, wo ich gerade so zurücklaufe. Ey, wir müssen unbedingt hier draußen noch ein Haus hinbauen. Schön gemütlich. So mit Vorgarten und so. Ja, weil ohne Scheiß. Ja. Was ist denn hier los, Alter? Wieso liegt hier schon wieder so viel Fischgeraffel rum? Ich verstehe das nicht. Warum? Oh. Meteoriten. Hier liegt hier überall Fischgeraffel, Alter. Ist hundertprozentig jetzt wieder unten aufgegangen, ne? Sag ich doch. Ich hasse es langsam, Alter. Langsam nervt das. Der Mist. So. Ähm. Was kann man denn eigentlich hier draußen noch machen? Fassaden. Blackstained. Redstained. Mana Infusion. Ah. Da bekommt man Red Sand draus. Oh. Den Alchemist. Ja. Ne, mach ich nicht. Du wachst dich. Was? Du musst es irgendwann mal so oder so bauen. Ich weiß. Eines Tages werden wir euch kriegen. So. Den da rein. Schau mal, wie viel Red Sand ich hole. Eins, zwei, drei. Ich war richtig produktiv. Was machst du da? Zack. Ich brauch, ich brauch Kupfer. Hier. Wie viel hast du mir jetzt gegeben? Einen. Hast du... Mehr hast du wohl nicht? Und... So hast du hier noch. Haber da. Hast du dir dasselbe eingesammelt? Ja. Äh. Lol. Mehr hast du denn das? Ne. Alter. Das ist aber eine schlechte Ausbeute. Dafür hab ich eine Wand gekriegt. So. Zack. Zack. Endlich jetzt mal ein Stück davon. Komm, junger Level. Es ist jetzt bisher auch noch gebrochen. Leck mich doch am Ärmel, Mann. Mann, oh. Was liegt da drin? Ah, meine Bricks. Ich hab fast vergessen, Alter. Oh, und nicht genug Lava drin gewesen. Ah. Ah. So. Ich muss auf jeden Fall noch eine Pipeline irgendwie darüber legen. So, Cobblestone wieder auffüllen. Kann man nämlich hier schön gemütlich unsere Dinger ja voll machen. Hast du das jetzt getrunken? Hä? Ja. Ein Geheimnis. Du stinkst. Ja, du hast diese komische Dinge getrunken, was wir da noch übrig hatten. Ja. Es gibt auch zum Glück Hunger, Jump Boost, Zipsa und Speed. Ich bin ein King. Was hat der das jetzt gebracht? Ja, guck. Huiii. Ja, toll. Das hätte man bestimmt immer mal gebrauchen können. Ich springe. Ich verblendet das jetzt irgendwo in der Bude, Alter. Da gibt's ne Quest. Kann ich da nicht das wiederholen? Ja, ich kann's wiederholen. Ähm, das. Ne, kann ich doch nicht. Doch, kann ich. Sehr schön. Weil das ist ne Dauer-Quest. Aha. Und das ist, ähm, die, ähm, Capping-Feed. Kannst du nämlich einmal am Tag oder zwei, oder jeden zweiten das einlösen. Aha. Man kann's halt aussuchen zwischen halt diesen Speed-Teil. Ich hab mal das andere getrunken. Das ist, glaube ich, voll. Da kriegst du was anderes drauf. Aber da weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, was das genau war. So, ich hab mal meine Obsidian-Pick-X mal. LOL. Was? Ein Screw-Angery-Press? Von Apply Angistic? Ach, das war wahrscheinlich mit Asteroiden drin. Ja. Das hab ich auch mit Asteroiden gemopst. Fast weg. Aus dem Asteroid hab ich das, Junge. So. Jetzt will ich überall hier wieder Ordnung an den Wänden machen. So. Ey, hör mal auf hier rum zu brummen. Spinnst du, oder was? Allein wenn ich schon die ganzen roten Punkte nicht wieder sehe, da weiß ich jetzt schwer, wie viele Squids nachher wieder rumliegen. Ja. Jetzt aus. Das liegt auch nur wo, wo's denn... Was ist eigentlich meine? Was ist eigentlich meine Pickaxe? Ey, ich hab ja noch, ich hab ja noch eine. Das ist zwar ne, 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 ne zusammengebaut, aber ich hab ja noch eine. Oh man, ich hab auch eine. Ich hab auch mal eine Obsidian. Ja, die wird schon noch irgendwo, über die schon rumfliegen. Da ist es. Oder du hast das vielleicht irgendwo mal verloren auf irgendeine Reise. Nö, die war kaputt gewesen, da hab ich die irgendwo reingetan. Oh, die kommt jetzt da rein, die kriegt später der Bauer, wenn er wieder da ist. Ja, der kommt dann hoffentlich auch bald mal bald, weil jetzt hat er seinen neuen Rechner. Also, jetzt müsst ihr ihn eigentlich haben, ne? Theoretisch glaube ich. Die Folge ist jetzt am Donnerstag, müsste er eigentlich, ja. Vielleicht nehmen wir ja heute schon zusammen mit dem Bauer auf. Egal. Wir werden sehen. Der kennt sich eh wieder nicht mehr aus. Nö. Der macht eh nur dummheiten dann. So. Die Lava lass ich mal schon abgedeckt hier, ne? Das hier keiner reinfällt. Es ist dunkel. Bitte? Dunkel, dunkel, schlafen. Willst du raus, oder was? Nö. Aber, wir sind schon nochmal 20 Minuten. Was? Genau. Hast du die hier unten Möhrchen gesnackt? Nein. Doch hab ich. Oh fuck, jetzt ist mein Felder unten kaputt gegangen. Ja, würde ich mal sagen, wenn es euch gefallen hat, dann schaltet noch morgen ein. Genau. Und dann, bis dahin. Tschüüüü. Bis dahin. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Vielen Dank.